Herzlich Willkommen am Stand der SYSCOM-TK AG auf der ESE 2020 in Hirn-Narm-Sund-Am. Wir erstellen heute hier das neue Wireless-Übertragungssystem der Firma Noazwischen vor. Dieses System zeichnet sich aus durch kabelfreie Übertragung eines HDMI-Signals von einer Quelle, wie zum Beispiel ein Laptop oder ein Mobiltelefon, auf den Empfänger zur Projektionsfläche, zum Projektionsgerät. Der Vorteil von diesem System sind zum einen die Übertragung über ein 60 GHz Netzwerk, was bedeutet, sie haben keine Interferenzen und keine Überlagerung mit dem Standard WLAN-Netzwerk mit 2,4 oder 5 GHz. Sie haben eine latenzfreie Übertragung und, was auch sehr wichtig ist, gibt es sogenannte Dongles für unterschiedliche Anschlüsse. Es gibt zum einen hier den Standard-Dongle, um den direkt am PC anzuschließen. Es wird keine Software benötigt, die am Rechner installiert wird. Es müssen keine ausführenden Exit-Dateien installiert werden, was ein sehr hohes Sicherheitsthema bedeutet. Zum anderen gibt es die zweite Version des Dongles mit einem USB-C-Anschluss. USB-C ist mittlerweile sehr häufig verwendet bei Mobiltelefonen, aber auch bei der neuen Generation der Notebooks-Geräte. Sie haben keinerlei Verzögerung bei der Übertragung des Bildes. Sie haben wirklich eine 1 zu 1 Spiegelung des Signals. Zur Firma North Vision wurde 2016 in Kanada gegründet. Die Produktion ist in Taiwan und wir vertreten, wie gesagt, die Firma North Vision in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusammen mit unseren beiden Partnern Ledica für LED-Wände und EasyScreen als Content-Management-Bitual-Science-Lyser. Wir zeigen die neue Erweiterung des Hartman 5-Clients. Wir können in Zukunft direkt ohne einen kleinen Abspiel-PC Content auf dem Monitor spielen. Mit der zusätzlichen App, die EasyScreen entwickelt hat, ist es uns möglich, auf den internen Speicher des Displays zuzugreifen und den Content von da aus zu speichern. Das ermöglicht uns, Netzwerkbelastung nur bei der Übertragung ist erforderlich. Danach wird das Netzwerk nicht mehr benötigt und wir können direkt auf den Displays namhafte Hersteller wie NEC, Samsung, LG direkt darauf zugreifen. Des Weiteren wurde auch unser Media Player von der Firma BrightSign wieder ins Boot genommen von EasyScreen. Das bedeutet, auch diese Hardware von BrightSign ist möglich, dass wir einfach Content darauf speichern, zeitgesteuert wiederzugeben und natürlich das perfekte Ergebnis zu erzielen. Wenn man auf unseren Stand schaut, alle Displays, alle LED-Wände von klein bis groß werden aktuell mit der EasyScreen-Software bespielt. Die Interaktivitätsfunktion von EasyScreen ist es uns möglich, auf Tastendruck oder durch externe Befehle von außen Content aktiv umzuschalten. Was wir hier jetzt zeigen, aufgrund eines Tastendrucks, dass einfach ein vorgefertigter Content umgeschaltet wird und wir können diesen sofort aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.